Schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück, ihr Nasen zu, die FF Defense Force 5. Was für eine Mission haben wir? Hm, wir reden von einem Schiff, von einer Flugeinheit. Da gehe ich doch tatsächlich mal lieber... Ich bleib bei Raketenwürfer, aber da muss was Besseres her. Nehmen wir den. So läuft das. So geht das. Duell-Use wird ein was? Achso, kann man zweihändig beim Fenster führen. Hier habe ich nicht auf das Gebäude geschossen, muss ich schon sagen. Ja, so geil, das nicht hier. Aber wir haben wieder sehr, sehr viele Flugeinheiten hier, das ist ungeil. Ich glaube, die grase ich halt einfach mal alle ab. Ich glaube nicht, dass die ihn noch erwischen würde, aber naja, mal schauen. Die bewegen sich. Das kenne ich tatsächlich auch noch aus, äh, FF Defense Force, äh... Ah, ihr habt gesehen, der schwenkt mit. Wenn ihr abgefeuert habt, dann schwenkt der mit. Hau's weg. Hau's weg, habe ich gesagt. Danke. Und nehmt Platz. Reicht das? Ja, lang. So, einer Wincher. Ich treffe zumindest gut. Vielleicht von der Höhe her auch noch. Ich dünne erstmal aus und denke, wenn das letzte Schiff irgendwie noch da ist oder sowas, dann gehe ich groß sammeln. Erstmal alles vom Himmel rotzen, was geht. Ich meine, da sind immer noch, wenn ich das sehen kann, fünf oder sechs Flugeinheiten große unterwegs. Gut. Hallo. Ich glaube, ihr seid ein bisschen doof, wa? Mich hier so von mal Zeit zu attacken. Die machen auch gar nicht zu, habe ich das Gefühl. Die sind die ganze Zeit offen und droppen wirklich Gegner. Ob jetzt Intelligenz sind die Aliens? Ja, ja, nee, diese Intelligenz haben sie schon, aber... So einer Wincher-Logik oder so. Läuft doch gar nicht mal schlicht. Wieder ein Schiff down. So vier sind es gar nicht mehr. Drei oder vier noch. Und diese dümmlichen Flugeinheiten, wo Frösche drin sind, die finde ich jetzt nicht so prall. Jo, so geht's auch. Ich hab grad gedacht, das ist Paris, aber das ist ein bisschen blöder, blöder Funkturm. Ziemlich hässlich ja nur dazu. Das ist nicht der Eiffelturm. Nö. Das kann man da noch im Zeug rumliegen. Aber jetzt ist es schon echt ruhig geworden. Also jetzt kann ich ein bisschen meiner Sammelleidenschaft frönen. Was ist denn das da? Drei Stück sind es noch, oder? Oder sind es wirklich mal so die Beine? Ich hab jetzt vielleicht das dritte Klang nicht in Sicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich find's schön, dass sie halt einfach mal alle offen sind. Super. Looten, 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 looten. Ich will da rüber. Da ist noch was Rotes gewesen. Sei doch. Also, Waffen haben wir noch nicht viele bekommen jetzt hier. Wie gesagt, habe ich in einem der letzten Parts erwähnt, ist es eben ein bisschen dünn. Da hast du in den alten ursprünglichen Teilen wirklich mehr absahnen können. Wo ist denn das Schiff jetzt eigentlich abgeblieben? Ah, da! Da! Gut. Aber da hinten sind noch irgendwelche Viecher. Im Wäschten. Aber erst mal den Krimpämpel hier mitnehmen. Okay, Heilung. Brauch ich nicht. Schubs mich doch hier diese durch die Gegend, das Mobi. Hallo. Geh halt weg, du Scheißschiff. Danke. Oh, der Mab zu den letzten Viechern da hinten. Ach! Also das Playstation Pad und ich, wir wären keine Freunde. Also, ich habe nichts gegen die Ergonomie und so, aber ich finde das irgendwie ein bisschen schade, dass man halt immer, wenn man den Stick reindrückt, halt abrutschen kann und auf das Touchpad kommt. Das muss nicht sein. Ich habe sie sehen, ich habe sie sehen, ich habe sie sehen. Ich nehme sie mit. Oh, liegt ein Haufen Scheiß rum. Jetzt zerlegen sie den schon. Da kommt nicht mehr allzu viel bei rum. Der Level ist durch, ja. Na, na, na. Na, hat nicht mehr gereicht. Nicht wirklich was bei rumgekommen. Die Zeit sagt, wir machen doch eine Mission. Ja, einfach alles wegrürzen, würde ich sagen, ne. Das dürfte eine ähnliche Mission sogar sein wie die eben. Ich gebe mir mal einen Glimmstängel, Leute. Erstmal die Frische. Die können Schaden anrichten. Die anderen sind wegkommt. Philipp alle Gegner, wenn du mal ehrlich. Ah, das ist ein großes. Aber die dauert auch wieder fünf Jahre. Okay, die sind zumindest geplettet. Was haben die dann da fallen lassen? Irgendwas sinnvolles. Ah! Waffen. Was habt ihr hier rumliegen lassen? Da ist Rüstung. Nur Rüstung. Naja, gut. Ne, da hinterm Busch ist nur eine Waffe. Machen wir mal ein bisschen Platz. Dass ich vernünftig kämpfen kann. Ach, wirklich. So, ein Stummgewehr reinhalten. Übertreffen schon. So, alle. Offen, nein. Jetzt fühle ich, ich höre mal, dass das auf ist, aber es öffnet gar nicht. Hoch da, danke. Nee, es öffnet noch nicht. Vielleicht muss ich da wieder erst die Ränder zerstören. Oder wie die eingehen, oder was? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder genug Gegner töten. Noch nie hoffen. Oh, das ist ein Frosch. Ich habe immer das Gefühl, ich höre das Geräusch, als ob das Schiff aufmacht. Also, als ob sich das öffnet. Tut sie doch nix. Soll der Scheiß. Jetzt. Ähm. Ähm. Nö. Die sind neu. Die sind neu. Naja, Gegner. Durchdestroyen, weil die... Boah, die sind so ähnlich wie die Frösche eigentlich. Das ist ein bisschen zielsicherer. Okay, wie sieht die Griechenchen weg? Alter, die sind ja richtig dünn. Das ist wirklich mal das... Das erste Mal, das ist das richtige Außerirdische sind in dem Spiel. So doof er ist. Na, ich glaube, ich hack. Hier, wo sind denn der lila Arsch weg hier? Ein bisschen Heilung. Das ist gut. Meine, 2025 haben Drachen vor. Ja, aber da brauchst du nix sagen, ne? Haben die echt ohne Scheiß Drachen reingepackt. Lassen Sie hier wirklich mal die Außerirdischen das erste Mal wirklich selber blicken? Sorry. Fette Sorry, Leute. Du ballerst nicht mehr auf mich. Du hässlicher Honk. Ich bin grad voll gearscht. Verdammt. Also sowas. In die Glöten. Waffe, ne Waffe, ne Waffe. Die sind jetzt auch nicht schwerer als die Frösche. Die sind jetzt auch nicht böse. Macht doch irgendwie Spaß, die zu bitteln, also der Kampf ist okay. Das verstehe ich nicht, das macht das Spiel irgendwie ein bisschen merkwürdig. So im Kampf, hast du dann so rausgerissen? Na gut, ist in Ordnung. Ist der Beat nochmal erhöht? Gut, das ist ziemlich krass mittlerweile. Lock on Rage und Geschwindigkeit erhöht, auch nicht verkehrt, die anderen Sachen uninteressant. Na gut, das war's dann aber für den heutigen Part mit IDF Leute, ich sag an dieser Stelle haut rein, bis zur nächsten Folge, wenn's dann wieder eben heißt, auf Defense Force 5. Ciao.